Solange die Kampfstation nicht voll einsatzbereit ist, sind wir verwundbar. Die Rebellen sind hervorragend ausgerüstet. Die Gefahr ist größer als dienen klar ist. Die Gefahr ist größer als dienen klar ist. Gefahr besteht für ihre Sternenflotte Commander. Aber nicht für diese Kampfstation. Die Rebellion wird noch weitere unterstützen. Die Rebellion wird noch weitere unterstützen. Ich habe soeben die Nachricht erhalten, dass der Kaiser diesen Rat aufgelöst hat für immer. Diesen Rat aufgelöst hat für immer. Diesen Rat aufgelöst hat für immer. Die letzten Überblagsel Die letzten Überblagsel Die letzten Überblagsel Die letzten Überblagsel Die letzten Team ist damit weseitigt. Der Open Republic sind damit weseitigt. Unmöglich. Unmöglich! Unmöglich! Wie will der Kaiser ohne den bürokratischen Apparat die Kontrolle behalten? Die Regionalgouverneure haben jetzt direkte Kontrolle über ihre Territorien. Furcht. Wird die lokalen Systeme gefügig machen. Die Furcht vor dieser Kampfstation. 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 Und die Rebellion? Und die Rebellion? Und die Rebellion? Falls die Rebellen die vollständigen Pläne dieser Station erbeutet haben, ist es möglich, wenn auch höchst unwahrscheinlich, ist es möglich, wenn auch höchst unwahrscheinlich, dass sie eine Schwäche finden, dass sie eine Schwäche finden, dass sie eine Schwäche finden und sie ausnutzen. Diese Pläne werden sich bald wieder in unseren Händen befinden. Diese Pläne werden sich bald wieder in unseren Händen befinden. Jeder Angriff von Seiten der Rebellen gegen diese Station wäre ein sinnloses Unterfangen. Jeder Angriff von Seiten der Rebellen gegen diese Station wäre ein sinnloses Unterfangen. Gleich welche technischen Daten sie jetzt haben. Diese Station ist jetzt das absolute Machtinstrument im Universum. Diese Station ist jetzt das absolute Machtinstrument im Universum. Diese Station ist jetzt das absolute Machtinstrument im Universum. Machen wir davon Gebrauch. Seien Sie nicht allzu stolz auf Ihr technologisches Schreckgespenst. Seien Sie nicht allzu stolz auf Ihr technologisches Schreckgespenst. Seien Sie nicht allzu stolz auf Ihr technologisches Schreckgespenst. Seien Sie nicht allzu stolz auf Ihr technologisches Schreckgespenst. Die Fähigkeit, einen ganzen Planeten zu vernichten, ist nichts gegen die Stärke, die die Macht verleiht. Ist nichts gegen die Stärke, die die Macht verleiht. Ist nichts gegen die Stärke, die die Macht verleiht. Verschonen Sie uns mit Ihren Kinderschreik von der magischen Macht, Lord Vader. Verschonen Sie uns mit Ihren Kinderschreik von der magischen Macht, Lord Vader. Verschonen Sie uns mit Ihren Kinderschreik von der magischen Macht, Lord Vader. Ihre traurige Anhänglichkeit an dieser altertümlichen Religion hat Ihnen nicht geholfen, die gestohlenen Unterlagen herbeizuzaubern. Und Sie ebenso wenig den geheimen Stützpunkt der Rebellen finden lassen. Und Sie ebenso wenig den geheimen Stützpunkt der Rebellen finden lassen. Ich finde Ihren Mangel an Glauben beklagenswert. Ich finde Ihren Mangel an Glauben beklagenswert. Schluss jetzt damit. Vader, lassen Sie ihn los. Vader, lassen Sie ihn los. Vader, lassen Sie ihn los. Wenn Sie es wünschen. Dieses Kräftemissen nützt keinem. Dieses Kräftemessen nützt keinem. Laut Weder wird die Position des Rebellenstützpunkts gefunden haben, bis diese Station voll einsatzbereit ist. Dann werden wir die Rebellion mit einem schnellen Schlag zerschmettern.